Hallo, ich bin der Niklas und ich bin dieses Jahr Beachinspektor. Wir sind hier gerade am Wannsee und haben hier einen kleinen Feldversuch durchgeführt, bevor es dann nach Ibiza geht. Wir haben heute den Strand erhoben, haben Interviews durchgeführt, haben Datenblätter bearbeitet. Hallo liebe Strandfans, ich bin der Niklas von Beachinspektor und wir haben uns heute den Wannsee unter die Lupe genommen. Wir sind hier am Strandbad von Wannsee. Wannsee war gestern, Ibiza ist heute. Wie ihr seht sind wir jetzt gerade in Ibiza. Wir haben gerade unsere erste Stranderhebung durchgeführt. Schönes Wetter, tolle Unterkunft in der Finca mit Pool. Was gibt's Besseres?